Also hier haben wir die Piper. Die ganze Gruppe beschnüffelt sie und heißt sie mehr oder weniger willkommen. Sie wissen nicht, dass das nur eine Stippvisite ist. Also gerade um zu sehen, die Piper ist sowas von defensiv und freundlich und würde niemals was machen. Also für diese Hündin, die ist einfach ganz toll im Sozialverhalten. Immer gewesen mit allen. Ich hoffe, dass dieses Video mehr als zeigt, was ich eh schon gesagt habe. Und dass wer auch immer sie nimmt, mehr als beruhigt sein kann. Die würde ich in einen Hasenstall setzen, diesen Hund. Hätte ich kein Problem damit. So gut ist sie. Ich mag sie jetzt nicht frei laufen lassen, weil sie eigentlich hier nicht dazu herein gehört. Und die Gruppe gleich wieder in ihre Dings zurückgeht, in ihre Boxen zurückgeht. Sie sind schon eine Stunde draußen. Also wie gesagt, sie hat nicht einmal den Kamm gestellt. Sie ist ganz freundlich zu jedem. Ob Männlein, Weiblein, groß oder klein. Ist einfach nur nett. Also das Verträglichkeitsvideo zur Piper. Das Gühlein, groß oder klein. Be sehrbows了, die wir auch irgendwie fühнем. Untertitelung. BR 2018